Okay, so. Drückt mir die Daumen, Leute. Let's go, Digga's. Let's go. Erstes, Claire Pig. So, ihr seht es schon. Ich sehe noch gar nichts. Es ist Nummer 1, Erkin. Schon wieder Erkin. Zweites, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Messi, 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 Messi. Oh mein Gott, oh, 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 ach du Scheiße, nein, ey. Oh mein Gott, gleich am Anfang kriegst du doch mein Leben, ey. Boah, da kennst du Monty, ich hab ihn mal beim Einkaufen kennengelernt. Ich war in Hamburg und dann war er da auch und dann war ich im Rewe und er auch und dann war er an der Fleischtheke und ich auch und dann haben wir einfach ein bisschen gequatscht und dann haben wir gesagt, ey, lass uns nur mal austauschen. Wir sind zusammen was essen gegangen. Einer, der mir erzählt hat, dass er eine Freundin hat, waren wir dann beide ein bisschen abgefuckt, aber dann war ich okay. Dann haben wir uns aus dem Weg gerachtschaft und dann waren wir Freunde. Ihr habt gesehen, wie man die Situation jetzt verteidigt, ne? Alles klar, Alter. Verletzt ist er sogar, der Ronny. Was? Diesen Dreck will ich auch gerne können. Ja, natürlich. 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 Junge, das wird geklippt. FIFA Deutschland. Dreckspiel. Alles klar, aber es tut mir so leid. Warum auch da an den Ball kommen? Warum auch da an den Ball kommen? Ich weiß jetzt schon, das wird ein Tor. Ich weiß es jetzt schon. Tor. Was ist da geflogen, Digga? Ich weiß es nicht. Das steht logisch. 3-3. Vor allem an der Wand, wo ich die Gegend geworfen habe. Das Schlafzimmer von meinen Nachbarn. Das ist einfach das Schlafzimmer von meinen Nachbarn. Danke nochmal, Diggi, dass du das... Ja, muss beim nächsten Mal besser werden. Ohne Witz, Bruder. Kann ich die schon öffnen, ich muss nochmal rein, ne? Lul. Was ist das denn für ein Bug? Jungs, das Pack öffnet sich und du verlasst das Ultimate Team. Das ist ja... Das ist ja dumm. Ohne Witz, das ist ja richtig dumm. Dieses Spiel... Guckt euch das an. Ey, dieses Spiel ist einfach nur schlecht. Es ist neu. Oh mein Gott. FIFA Deutschland. Ich grüße Leo und Justus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bruder Nuri, was hast du gemacht, Junge? Was macht da mein Innenverteidiger? Was macht da Fabio? Was macht da mein Innenverteidiger? Lol. Ey, wenn der Geg... Digga. Der liegt einfach. Lass uns mal hier testen, ne? Hier. Boah. Oh scheiße, ey. Oh Messi mit seinem ersten Longshot. Sagen wir dazu nix mehr. Clip bitte mal. Digga, clipp. Jetzt muss das clippen. Jetzt das Gegentor für mich. Ja, genau. Jetzt das Gegentor. Nachspielzeit. Willst du es schmecken mit so einem blinden Pass? Jetzt vielleicht der Karte anziehen. Ja. Oh Gott. Was? Keine rote Karte? Was? Ich hab ihn komplett... Aber wirklich komplett... Per Notbremse. Gestoppt. Aber komplett per Notbremse. Ja, Bro. Das sind die Standard-Movs, die du hier machst. Die sind doch wack. Aber er kommt trotzdem durch. Das ist Elfmeter. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Das ist Elfmeter? Oh, der wechselt sogar am Anfang. Sorry. Wem wechselt man denn bei so einem Team? Alter! Komm, Lukas Moro, komm, 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 bitte. Ey, das gibt's doch nicht. Das kann zu viel... Nein. Ne. 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 Ah, ich hätte schwören können, dass der reingeht. Ich hätte schwören können. Ach, ja. Best of FIFA 20. Ich glaube auch. Agüero! Oh, Mann, ey. Was soll das denn? Oh, Mann, ey. Einfach off-stream so ein Tor gemacht, Alter. Oh, mein Gott, Jungs. Was ist heute los? Was ist heute los? Die sind die Verteidiger... Ah, Warten mal, ey. Koffball. Das Alva, alles laufen. Ja, ja. Es hat auch perfekt hinter der Linie gepasst, ne? Pace doch mal mit deinem fetten Körper da durch, Bruder. Näh, näh, ey, nein, das ist nicht mehr lustig. Maldini, geht in den... Pass auf. Ey, ist das ne Icon? LOL, das ist ne Icon. Lul, ey, ich check's einfach nicht. LOL, Gerard, LOL. Hä, ich war ja anders lust. LOL, ne Icon gezogen, jawoll, Alter. Komm, LOL, ich war ja anders lust. Holy shit, ich hab das ja gar nicht gecheckt. Jungs, ich sag nix, Digga. Drei Versuche, drei Tore, Richarlison, Digga. Und die sind so stark, Digga. Ich hab nicht gedacht... Oh mein Gott, no! Abseits, oder? Wie, kein Abseits? Als ob das kein Abseits war. Einfach... Die Maria! Come on. Der Tor, der ist beweglicher, als man denkt. Guck mal, wie der sich da dreht. Das ist krass. Ich mach keinen Dragback. Guck mal, wie der das macht. Ich mach keinen Dragback. Boah, das ist krass. Ich mach keinen Dragback. Alter, alter, hallo, hallo, ey! Oh! Ich mach keinen Dragback.